Hallo, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Wir sind hier im letzten Video, das ich aufzeichnen darf, als Vorbereitung für die Konferenz Inverted Classroom in Beyond, 20. und 21. Februar in das Fachhochschule St. Pölten, jetzt anmelden. Und ich habe hier einen von den beiden Referenten und Referentinnen von einem wirklich überaus spannenden Workshop, der uns da erwartet. Ich bitte Sie, sich vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang Gulupski. Ich bin Professor für Informatik an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau. Wunderbar, dann schreiten wir zunächst zum WordWeb. Was ist das größte Potenzial vom Inverted Classroom-Modell aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass der Inverted Classroom eine sehr zeitgemäße Lehr- und Lernmethode ist. Vor allen Dingen lernt man zu lernen. Eine positive Rückmeldung, die Sie von Studierenden zum Inverted Classroom-Modell bekommen, ist? Na, das hat verschiedene Aspekte. Zum einen finden Studierende es eigentlich ganz, ganz gut, wenn sie eigenständig arbeiten können. Sie bescheinigen uns auch, dass wir ein relativ gutes Tempo vorgeben und dass man in einem recht guten Tempo der Lehrveranstaltung auch folgen kann. Und ansonsten kommen auch noch so praktische Teile hinein, dass sie, ja, dass sie halt viel selber machen und dass sie im Prinzip ihr Wissen, was sie sich erarbeitet haben, auch anwenden können. Woran merken Sie selber als Lehrender-Effekte des ICM? Als Lehrender oder Lernender? Als Lehrender. Als Lehrender. Es ist eine völlig andere Art zu arbeiten. Und es hat Vor- und Nachteile. Das ist eine ganz spannende Sache. Jemanden, der mit ICM beginnen will, würden Sie empfehlen? Es definitiv nicht unbedingt alleine zu versuchen, sondern möglichst in einem Team, wenigstens in einem Zweierteam zu arbeiten. Wir haben festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass man kommunizieren kann mit Kollegen, die nach Möglichkeit die Lehrveranstaltung mitgestalten. So spontan gefragt, ein Motto, also Ihr persönliches ICM-Motto. Was wäre das zusammengefasst? Motto ist eigentlich, ich glaube, ICM fußt auf drei Säulen. Und diese Säulen sind agil, dynamisch und adaptiv. Das ist schön. Worauf freuen Sie sich bei der Konferenz? Also ich bin sehr gespannt darauf, Kollegen kennenzulernen, die genau mit ICM arbeiten und vor allen Dingen auch deren Erfahrungen kennenzulernen und sich da austauschen zu können. Ja. Sie werden ja gemeinsam mit der Heike Seeharden-Marx von der Uni Wuppertal einen Workshop gestalten, wo es um ein ganz zentrales Thema beim Inverted Classroom geht, nämlich auch dem didaktischen Design. Bitte erzählen Sie uns ein bisschen was über das, was Sie da miteinander vorhaben. Ja, wir wollen im Prinzip versuchen, die Aspekte von der Planung über die Ausführung, im Idealfall sogar, was noch ein ziemlich offener Punkt ist, die ja quasi das Justieren, das Anpassen, das Auswerten von dem, was wir gemacht haben. Da haben wir zum einen den elektronischen Lehrveranstaltungsplaner, der uns sehr viel Arbeit nimmt und auch sehr viel Hilfestellung gibt, wie man Lehrveranstaltungen planen kann. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch eine Menge Erfahrung gemacht, was über die Planung hinausgeht, wie man im Alltag, eigentlich wöchentlich, wie man doch auch reagieren muss auf die Besonderheiten, die ohne dabei unbedingt den Plan zu verlassen. Ein Potenzial von solchen Tools ist ja auch, die eigene Planung mit anderen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen zu planen und so dazu beitragen, dass das wirklich ein Netzwerk an ISM wird in einer Hochschule, oder? Ja, definitiv ja. Ja, also der elektronische Lehrveranstaltungsplaner, der an der Universität in Wuppertal entstanden ist, bietet es auch an und unterstützt es auch, dort Informationen auszutauschen, auch zwischen Lehrenden und dort könnte auch eine, ist auch unsere Hoffnung, eine Community entstehen, so dass man genau diesen Austausch auch von Inhalten, nicht nur von Erfahrungen, sondern auch von Inhalten unterstützen kann und verbessern kann. Ja, also auch in qualitativen Interviews, die wir an der Fachhochschule St. Pölten im Rahmen von Design-Based-Research geführt haben, kommt von den Lehrenden sehr schnell so der Punkt, naja, ich würde gern mehr machen, aber didaktisches Planen und Vorbereiten braucht sehr viel Zeit. Also wie könnte man da, was könnte man da tun, um mit dieser Herausforderung umzugehen? Also der eine Teil ist tatsächlich, wie kann man eine Tool-Unterstützung bekommen, um das erstmal zu planen und wir sind dann, das würden wir auch in einem, in dem zweiten Teil quasi des Workshops oder des Vortrags dann auch aufzeigen. Wir haben nochmal uns diese Durchführung angeschaut, wir haben dort ein Netzwerk eigentlich aufgestellt von verschiedenen Lehrbausteinen und haben diese Lehrbausteine auch nochmal untersetzt, sodass wir sehr dynamisch auf Situationen im Unterricht reagieren können. Das heißt, jede Lehrveranstaltung haben wir die Möglichkeiten, relativ leicht uns darauf einzulassen, was denn jetzt für den Lernerfolg wichtig ist und richtig ist. Das ist nach unserer Erfahrung nicht alles 100% planbar, aber man muss erstmal die, ja man muss eigentlich beides zusammenführen. Welche Unterstützung sollten Lehrende, die ICM vorbereiten, an einer Hochschule noch bekommen aus ihrer Wahrnehmung? Ja, das eine ist, wenn man nicht aus der didaktischen Wissenschaft herkommt, also didaktische Unterstützung kann ich nur sehr empfehlen. Die haben wir bei unseren Durchführungen auch bekommen. Das war sehr, sehr hilfreich, alleine die Diskussionen, die wir dort geführt haben. Ein anderer Punkt ist, naja, man muss da eigentlich fairerweise, vor allen Dingen, wenn man die Vorlesung umstellt, müsste man eigentlich auch mehr Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, weil initial ist es halt auch zeitaufwendig. Genau. Gut, also das wird sicher ein sehr wichtiger Workshop werden bei der Konferenz, auf dem ich mich schon sehr, wir und das Vorbereitungsteam sehr auf das freuen und ja, so bis dahin, alles Gute bis zur Konferenz. In diesem Sinne, danke, tschüss.